ja willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play the definitive edition in der letzten folge haben wir uns am kolosseum noch hier also ist nicht alles gestern passiert aber im letzten part meine ich ich habe keine ahnung wir haben eine kursierung gemacht 200 band kampf mit jedem charakter und mit ihren charakter geschaffen jetzt sind wir hier in der nekropole der nostalgie stufe verhängen ist und die gegner sind 50 level 150 ich habe mich auf 155 gelevelt und ihr wisst wie es abläuft ich gehe rein ich suche hier einfach irgendwie was ich irgendwann finde kämpfe mich hier durch die ganzen ebenen durch und ja sobald irgendwas erwähnenswert auftaucht dann schalte ich euch wieder rein also bis gleich ja und zwar schon den ersten ebene und ja ich habe doch vor dem dämonenzahn auf das ding geworfen und das hat irgendwie gereicht obwohl das licht ist was war kein sinn okay dann wird das wahrscheinlich nicht will ich mehr mann von einer riesigen magie abwerber weil es nicht ist versteinert nicht gut ich habe übrigens gemerkt der eigenen gegnern ganz schön stark und schon ob sie das 175 doch so gehen nicht mal so gut finden lassen das macht das ging auch und da steht da im kurs hat mich den restchen leidigen die sind da noch nicht ganz schön lang jetzt und wieder von steinern ehrlich dann schalte ich wieder rein wenn ich mal finden also bis gleich ebene 3 truhe licht machen wir die fällig sein konnte ich irgendwie bei den gang noch nicht irgendwie noch mal so nein nicht stadt licht 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 großer wagen eigentlich darauf so geben dann sind ganz schön groß hier jetzt gebiet ist riesig super junge auf hochzuhören ok auch nicht schlecht wo ich eigentlich auch noch irgendwie so ein rennen machen da bin ich ja ich habe noch richtig gut kombi gefunden hier für die ganzen leben wenn jetzt doch da noch nicht mehr so lange wo ich riecht habe und zwar brave in der fähigkeit womit der tp und hp oder café absolviert und ich dann alle treffen als voll dann ist nicht schlecht und ja ich dachte erst diese fähigkeit werden nur für normale angriff also wenn er mit normalen angegeben bekommt da wieder api da sieht man ja auch mehr aber nee aber noch andere angefunden kommt da abgehen und ja ja fast um sie fach das hat man jetzt mal rief aus tp an dann wird man mal hinkriegt hier ja nämlich eine fähigkeit womit er auch tp absorbiert wenn die gegner kilt und das bedeutet ich habe jetzt noch zwei weitere charakter wo tp gar kein problem mehr sind repeat hat auch noch hier sein ding vier sein alpha hund dingen ausgerüstet dieses accessoire da hat und dadurch gehen auch nicht die tp aus und ja damit drei charaktere bei dem mehr oder weniger tp jetzt kein problem mehr sind richtig nice und ja und ja ich habe ja auch noch dinge ob jäger zwei ausdrüste mit raisons ich glaube es gibt mir ein bisschen mehr erfahrungspunkte wenn ich ein wenig für die ganze gruppe auch noch ist auch nicht schlecht und ich habe irgendwie im letzten der letzten eben irgendwie waren mit 180.000 erfahrungspunkte bekommen man glaubt ein bisschen viel war auf der ersten eben habe ich nur irgendwie die helfe oder so bekommen ja ich habe jetzt mal wenn ich einen fliegenden gegner erledige habe ich irgendwie eine chance mehr fangst zu bekommen da ich eine menge von denen finde kommt ja auch eine menge erfahrungspunkte aktiviert also ja das ganz schön krass ja so wollte ich noch einen laufenden halten ich suche jetzt weiter nach tun und dann sehen wir uns wenn ich mir dort finde bis gleich truhe auf ich glaube da ist eben der fünf ich weiß nicht hallo ist mein mikro an ok da ist ja gut ignorieren wir das machen wir diese truhe punkt und zwar mit kriteria ich brauche feuer weil das rot und so machen wir mal ne noch mal neu rot hat man noch nicht aber jetzt zufällig da reinläuft ja an dem pech gehabt also natürlich auch immer noch am leben das ging herz der herzen halten das ist okay cool wenn man das wieder ändern und kann da wechseln weil man auch du bist neu sehe ich gerade habe ich noch gar nicht wie die poste ja was gerade irgendwann absorbiert auch gerade mit zauberer probieren mit raven ja alle hoch wo bin ich denn da okay das dauert aber noch ein bisschen bis hier da gehen wir mal den ganzen rückweg hier so aus so unglaublich weit glaube ich wohl eigentlich schon würde ich sehe ich da wenn ich raus bin hoffentlich dann soll ich doch mal kurz mal um den vater irgendwie zu füllen ich glaube nicht ist euch da bin ich erwarten ist gleich ebene fünf wir haben ich nehme jetzt mal an die hälfte erreicht ich würde sagen wir gucken uns mal unsere ausbeute an und zwar einmal blüpp super jung auf hochtouren das ja habe ich mir schon gedacht wer ist schon weg das dinge das schild die ich bekommen habe ich glaube da waren nur für flinne schutzschild oder irgendwie soweit schulter schild sieht man natürlich wieder nicht ja okay nur da ja das ist ein bisschen voll natürlich wieder die schutzvolle ausrüsten dann super großer junge auf hochtouren ist glaube ich das war jungen auf hochtouren ja was egal ja da ist ein bisschen riesig sieht viel größer und stärker aus als die echte version vielleicht dass die echte moment mal und dann ging es gibt schon kommt übrigens ein speichelpunkt aber auch nicht schlecht kommen irgendwie so alle zwei gebiete mal ersten speichelpunkt habe ich sorge für schade okay ich tue lieber die ganze europäer ausrüsten auch wenn er cool aussieht sondern das letzte habe ich noch nicht geguckt oder ist herz der herzen irgendwie da ist ein stab mit ein paar geile effekte erholung zauber heilen arzt bilden für begrenzt zeit keine zeit zum zaubern nämlich von einem niederschlag erholt hast das ist doch auch nicht schlecht mehr da kann man da auch mal gebrauchen auch ne mein gott geschwacht hat ist jetzt wie schwach unsere charaktere sind ohne teufelswaffen krass ok habe ich wieder was zum lernen also auch nicht schlecht und ja ich sage ich gehe weiter und hoffentlich finde mal wieder was in den nächsten raum am besten der waffe oder so hat wer cool ich zeige euch mal wie die gebiete hier aussehen ja langsam krass der weg hat sich übrigens zu kreuz ich habe natürlich für den weiteren weg genommen der hat mich dann wieder in dem nächsten gebracht in den lebende 5 und habe mich nicht irgendwie skippen lassen was ich gut finde und ja das sieht genauso aus wie der allererste von ebene 1 der fahrt also ja schon gewusst wie man das macht und ja gut wenn ich was für eine solche bescheid also bis gleich wieder so haben wir die nächste truhe bohm müssen wir rieter auswählen wo wir schon wieder dinge sehr auswählen wir haben es eigentlich egal da dauert ja vor lange irgendwie ging es verledigen oder die macht schaden alter aufbreitende flamme erhalten voll falsch schaden gemacht nicht schlecht nachverkehr schaden ausreiten heimlich sind noch nicht so weit entfernt vom ausgang sind ja auf ebene und da aber ein paar nur zwei gewege die man gehen kann einmal nach unten rechts welche uns zum dinge gemacht hätte direkt in die nächste ebene weil mein sehr langen weg und schatzraum auf dem weg war welchen der gerade gesehen habt also ja war irgendwie offensichtlich sprechen wirklich gegangen wenn ich habe mich hier hätte was es geben lassen können ein bisschen aufhört ich habe das spiel wird ein irgendwann aus trinken sondern einen voll langen weg geben wenn man voll kurzen dann ist auf einmal der kürzere weg hier der richtige da nicht irgendwie skippen lässt er voll unfair sind wir soweit mal ein level up cool da sind es 155 alle cool raven dann jetzt auch 9900 kp cool so was ich gerade bekommen habe ausbreitende flamme das ist ein cool kommt irgendwie bekannt vor dann hat waffe gab es irgendwo anders schon mal vielleicht nicht jeden tats auf spieler war okay darauf kritisch alle angefangen werden ist immer jetzt für den kritischen chance zu ja und mich ist übrigens ja links schon gelernt erholungsabwehr war glaube ich ne hat sie irgendwie automatisch ausgerüstet nachdem ich die waffe entfernt habe ich irgendwie komisch finde und ja bitte sagen wir jetzt ein speichert punkt hier ist kein speichert punkt ja bitte sagt mir der nächste weg ist nicht so nervig riesig die sind jetzt alle voll riesig die gebiete der letzte raum hier dem jetzt gerade gemacht haben der wäre ich gesagt der einfachste bisher muss nur zwei wege die gegen kannst ja das war gut da wir sind eben 8 und den raum hatte ich aber auch schon mal da muss ich erst mal wieder hier laufen muss ich so laufen oder wahrscheinlich zurück damit ich dich ausversichtlich hier ein laufe 2345678 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 kämpfe muss ich dann machen also ungefähr sieht meinen alltag jetzt hier aus in diesen blöden dingen aber da wir kriegen level up zu kriegen mehr fb das auch nicht schlecht sehe ich bin ich finde jetzt gleich so nächster schatzraum und zwar auch eben jetzt hier wahrscheinlich der letzte sein nämlich mal an und wir haben noch die rad von auskürstel cool dann machen wir mal diese tor kaputt bin ich auch feuer ist ja naja da drin ist dämonen schweren roger reiß zahlen aber klingt wie war für flin für juri ich habe mir zu gefällt wo juri ist schon stark genug gebrochen noch mehr zeug mehr fertigkeiten und so da mal weiter ich werde hier definitiv wieder schneiden weil das gebiet wo ich jetzt gerade drin ist riesig es alle felder sind ausgefüllt da ist ein riesiges quadrat und in jeder ecke des raums sind schatzräume dabei ist der zweite blick abgesucht hat also ja ich kann vielleicht sein dass einer noch irgendwo drin ist wenn ja schon fein aber jetzt also wir sind am ende der ebene angelangt und sind level 157 cool wir gucken uns noch mal an weil gerade kommen haben in der letzten ebene schwert ne wir sind dämonen schwert oga ist dann da zieht cool aus feuer und dunkelheit ein bisschen blöd dass die attribute haben aber ich werde ja sowieso nicht mehr benutzen also von daher sind ja egal überall mit team 3 nach er hat ob ich das jeweils kriege 96 alles klar du mich auch gut juri braucht nicht wirklich neue fähigkeiten aber gut wenn du sagst kann ich noch mal gucken kann ich vielleicht noch jemand anderen damit ausrüsten ich glaube nicht nur juri ok dann machen wir uns wieder auf und besiegen wieder so ein ding hier ist ein bisschen langweilig sich nur gegen die vier kämpfe der team schon okay ist ja eigentlich egal ich habe ich auf jeden fall da kommen wir ja auf höchst dann ist noch nicht mal dann ist ein gegner den ich auch zwei ok hat es auch hier sind drei ok dann könnt vielleicht doch ein bisschen nerviger werden aber eine viel stadt schon drei vier mal irgendwie gerade in der letzten ebene erledigt und dann ist noch fünf level höher ich zeige euch mal meine lieblings attacke nicht die ganze zeit die einsätze wahrscheinlich 1000 kp zurückbekommen ich wollte ich erzeugt wir ohne die treffen lassen wer hat hier ein bisschen schwäger aber ist doch egal nein ich hoch ein rieter damit tut weil alles hier hoch gehalten ja da war schon einige level 75 bekämpft habe ich jetzt gar nicht hier vielleicht der gegner schon auf level 75 ist aber anscheinend nicht dann war dann bei einem verweid auf die er keine chance da habe ich das spiel ist jetzt ein bisschen zu einfach wenn sie schon sehr lange nicht meine herausforderung gehabt außer inklusions kämpfen aber ich denke auch ein bisschen trainiert habe war auch so schwierig ja ich gehe mit meinem relativ casual team rein ich brauche noch nicht mal juri oder so und wir machen das ding fertig das war mal ein überlebt mit 1 ja ich habe sogar macht dass er mich sonst nie ja ich habe das ding wird nicht gewinnen und wenn ich halte ich mal kurz dann bekommt er am meisten schaden weil ich mich die ganze zeit wieder hoch ein gott warum tun wir noch einmal solche fliecher hier machen wenn der kraft ist gewartet er hätte mich fertig gemacht nein ich glaube der fast man ich war irgendwie ja in gefahr zu werden und besser aber kriegen so haben wir an der wahl alle kriegen was er sieht so süß aus in ihren weihnachtsklamotten so wird wird ja noch ein bisschen schwieriger irgendwann das wäre ganz schön langweilig ist schon mal voraus und gucke wie die nächste ebene aussieht stark die gegner sind und dann weiß ich wie hoch trainieren muss man wahrscheinlich jetzt wieder so ein sprung von abgrund e1 man bestimmt wahrscheinlich wieder einen riesigen sprung so von 20 läppeln oder so nicht so bis 175 oder so trainieren muss keine ahnung jetzt mal an und kommen wir mal wir sind 158 stellen wir vor ich muss irgendwann bis level 200 trainieren um irgendwie vorhanden zu kommen ich wohne ist ein bisschen dass ich nicht den höchsten schwierigkeit grad hier kommt auf jeden fall noch ein schwierigkeitsgrad ist normalerweise immer so kommt immer so unbekannt oder so wie auch immer hat heißt ne und ok sie müssen woher solchen jetzt hier wissen wo der richtige weg ist gehört keine ahnung ich mache jetzt erst mal ein schnitt ich weiß jetzt nicht wie lange die part jetzt alle lange der part jetzt sein wird so ich soll vielleicht mal nachgucken und tschuldigung da müssten so 16 buden lassen wir sind wenig dann würde ich mal sagen ja weil sie nicht dann werden wir noch ein bisschen weitermachen die an aufnehmen einfach morgens so gucken wie es ja noch so weiter geht mir ich mache jetzt erstmal hier ein schnitt und wenn du mal instanz passiert dann schneide ich euch wieder rein also bis gleich ok ein kleiner ladebricht über die situation ich bin 175 das hat ehrlich gesagt gar nicht so lange gedauert alle haben 999 kp und 999 tp das ist auch mal die schlechten und ja das hat nicht so lange gedauert weil ich habe mit patty ihr ding ist eingesetzt kritischer moment und da tut manchmal irgendwie die chance erscheinen irgendwie mehr erfahrungspunkte aufzutauchen doppelte erfahrungspunkte und so und das habe ich dann immer gemacht mit diesem kolosseum teamkampf und da habe ich immer doppelte erfahrungspunkte bekommen da habe ich so irgendwie 300.000 erfahrungspunkte pro versuch bekommen allerdings ist dann mittendrin irgendwann irgendwie erfahrungspunkte mal zehn oder so aufgetaucht und ja da habe ich irgendwie so ein sprung von 166 auf 174 oder so gemacht glaube ich und ich wollte eigentlich nur bis 70 level aber da habe ich mir gedacht da habe ich jetzt bin ich schon 174 jetzt 200 eine level noch machen und ja damit ihr wisst was unterwegs passiert ist zweitens dieses gebiet ist irgendwie merkwürdig und zwar scheint man ja immer einige wege nur zur auswahl zu haben da ist der erste raum zum beispiel ich habe mir notiert welche wege ich schon abgeklappert bin ich bin als erstes links gegangen und wenn ich nach links gehe dann komme ich in ebene 4 was irgendwie krass ist dann bin ich irgendwie von ebene 4 da gab es auch wieder zwei wege da bin ich ein weg gegangen bin auf ebene 7 gelandet also ist ja sehr komisch ich rocke natürlich mal hier die die schuhe klamotten ich muss mal mit der stelle hier ein paar gegner töten die hängt noch sehr hinterher mit den gegnern und ihre trotz waffen wie ich halten auch wenn man eine abwechslung und die ganze raven gezockt hat mit seinen pfeil hasel angriff gerieter warum wirst du normal an allerdings bin ich ja schon gegangen er bringt mich zur ebene 4 zu mama wo uns der rechte weg hinführt ton das auch schon mal gut gibt keine schule hintergrundmusik normalerweise ist das so irgendwie was irgendwie schulmusik neu hintergrund wenn irgendwie schulkammer und mann hat weil es glaubt man den neueren netten aber tels grace ist war das schon also dass da eingeführt worden sein das peri kam ja vorher schon aber danke ich hab extra ja heiler hat es noch ausgerüstet hier in meiner party einfach nur um wenn ich hier ein bisschen kämpfen kann unglaublich viel heilung wollte sowieso nicht ich war jetzt einmal hier so ein gebiet mit euch abgeben wo ich dazu zeigen ich habe euch jetzt nicht angewöhnene kawaii das ganze jetzt eigentlich schon fertigkeitslust und so mit irgendwie zwei basisarts einsetzen kann ja ich glaube ich muss die große vielmehr erledigen weil die tun die ganze zeit solche anderen vier sparen gegner sind übrigens so level 170 vollkommen vergessen im letzten part hier ich wollte ja eigentlich nachgucken wie stark die sind denn irgendwie verpennen und ja wir sind da bin ich da ist da wenn die da so rot auf leuchten sind dann rufen glaube ich neue leute fast tot der baum greift rieter die ganze zeit ich habe sogar ihre ganzen sachen ausgerüstet soll das warum greift jetzt noch nichts bei ihr geändert warum greift jetzt die ganze zeit mit links an mir verstehe nicht die strategie geändert oder so nein das wollte ich gar nicht da möchte ich nicht verstehe nicht warum tut jetzt wieder keine dinge zu einsetzen eine art mehr zauber ist auf die gegner los geht aber zu sein ich habe übrigens sehr wenig erfahrung zu bekommen so hat sind bei ebene 7 gelandet da muss ich mir mal kurz notieren wenn ich hier weitermache boom boom so neben der sieben war ich schon da hat mich der linke weg wieder zurück zu ebene 1 gemacht und ja weiß nicht ob ihr ja noch irgendwie was noch kommt aber ich hoffe es geht ja immer vorwärts dann den weg den ich gehe sonst wird ein bisschen komisch der linke weg hat mich zu ebene 1 machen also muss jetzt nach rechts wieder also das ist jetzt nicht so schwierig ja ich gesagt die dinge immer noch so kurz sind gott gott ried ich bin eigentlich nur am bestell am spielen gewesen damit sie immer ihr teufels waffen und damit aber ich halte sie nicht so zu klappen leben hängt auch noch ein bisschen hinterher so wir hätten raven schon also eine tp verballert der doch diese fähigkeiten mit der dinge ziel tp heilt ja genau das wenn er wird schön tp ja null haben was ich bei denen jetzt auch erst mal die ganzen zauber ja wieder entfernen die kraft hier nicht machen was ich will ich kann nicht so danke ich unmöglich für dich seitdem wie der tp ja so zu verballern mein gott mein gott kann sogar weiter alle tp gleich wieder da aber auch jetzt hat mich schon geschafft ich muss diesen herr entschuldige auch wieder übernimmt gleich voll und ja weiter kommen wir jetzt hin ebene vier schon wieder abad ok und ja da wäre ich natürlich jetzt nicht alles aufnehmen weil es mir ein bisschen zu komisch und ich sage euch dann wenn wir irgendwie vorangekommen sind oder irgendwas finden oder weil sie mich sie euch jedenfalls gleich es geht äh 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 ich bin noch mal mit den klamotten in einen charakteren präsentieren und habe ich aufgehalten so ich bin noch mal in tage ausgegangen habt mir hier eine meteoriden klinge geholt die in einer kiste war im tage roten und ja aber ein bisschen nervig dahin zu kommen deswegen habe ich da jetzt nicht aufgenommen aber ja ich habe es gefunden und dann fehlt mir noch ein stadt für stelle und ich glaube den bekomme ich bin ich hier mit e-mail rede oder ich muss sie um einen gefallen bitten geht es um das weisen aus dem hafen von turim ja haben wir etwa von meinem meister erfahren dass es war er hat uns vor kurzem besuchen wir haben darüber gesprochen ja ich hoffe außerdem ein paar andere kostüme nachher untersuchen wurden wir berichtet dass katastrophen in mehreren städten kinder zu weisen gemacht haben wir beschlossen als hilfe verweise einen teil der löhne von ratsmitgliedern und rittern in den städten zu zahlen dazu zählt natürlich auch das weisen aus dem haft von turim haben sich sämtliche ratsmitglieder und kaiserliche ritter damit einverstanden erklären nur ratsmitglieder tritt hat dies zugestimmt haben ist ein teil ihres konzern von einzahlen dann meistens ja sehen im sauren apfel und stimmten plant zu um selbst besser dazustehen nämlich recht was wir im befinden der rat und die kaiserlichen ritter sich umständigen konkurrenz miteinander dieser junge ist raffinierte als er aussieht das war nie mein absicht auch wenn dies für andere so aussehen mag dabei fällt mir ein dass ich ihnen etwas geben wollte ist diese etwas für mich das ist den siegner für das amt des vizekaisers der blaue kristallstab den signier für das amt des vizekaisers das ist ein vizekaiser der vizekaiser dient dem reich als zwei trüster befehlt aber und hat fast so viel autorität wie der kaiser selbst der blaue kristallstab ist eine ehren gehaltener schatz der kaiserrechten familie und fast so bedeutend wie dein nomos das amt des vizekals ist doch jedoch zeitlich befristet und stellt eigentlich keine offizielle position da einer zeit dieser können wir wirklich jemanden gebrochen der dabei hilft das reich zu unterstützen ich brauche ihre feste diese wenn sie mir diesen gefallen tun aber ich muss doch die reise mit allen meinen freunden weiter fortsetzen nein ich muss nicht ich will ja ich verstehe sie wäre nicht an den thron gebunden sondern könnten um den ganzen welt reisen und mir berichten was sie sehen gefällt nichts ein was dagegen spräche ich weiß nicht was noch dazu gehört aber wenn du weiter mit uns reisen kann soll ich das noch gut an oder wenn das so ist werde ich gerne helfen ich danke ihnen dafür der blaue kristallstab wird das böse ab wir gehen auf ihre reise gute dienst leisten bk stadt ok cool ich glaube waffen mäßig haben wir jetzt auch alles glaube ich mir fehlt aber immer noch was aber ich gucke einfach immer im internet nach hier nicht 480 waffen gab es insgesamt ich habe jetzt 280 mir fehlten zwei da ist irgendetwas anderes fehlt mir immer noch gut muss halt nachschauen online erst mal den stab an der neue fähigkeiten jetzt noch nicht schlecht noch nicht mal mein gott jetzt noch nicht mal stärker doch der wer stärker gewesen als anderen sachen aber jetzt brauche ich dir nicht mehr gut eine unvergessliche reise ... die haustür gehen und sagen aber wir führen die prinzessin weil ich wahrscheinlich auch schon einige verpasste ab 14 prozent ich glaube nicht dass ich ihn noch finden werde aber ich werde mein bestes geben also ja ich sehe euch wenn ich hoffentlich die letzten gegenseitig mal angefangen wir finde okay ich greife mir noch ein eine weitere belohnung ab und zwar brauche ich ein ultra blau mantel und ja den scheint nur zu geben wenn man hier irgendwie event auslöst und ja darum bin ich gerade dabei gewesen man muss jetzt auf drast wie 30 mal spielen aber man muss zum glück nur immer nur die jetons bezahlung zum startmenü von dem spiel gehen und dann bekommt man das nach 30 mal also ich muss nicht wirklich das spiel 30 mal spielen was ich sehr gut finde und ja jetzt müssen wir eigentlich sind man hier bekommen man das einzige hast es war es dass mir noch fehlt hey wer spielt denn da unsere spiele wenn man sieht sich denn da so hä hä ich sage ja wenn ich einmal angefangen habe komme ich nicht mehr davon los ich auch nicht ich auch nicht das ist so lustig man wie unreif seid ja eigentlich ja da rät die richtige frauen nein nein das ist die falsche richtung rücksitz spielerin rita das stimmt flache lese es also aus es wärst du begeistert dabei gewesen das war nur ich wollte nur sehen wie schlecht die anderen waren ehrlich naja natürlich natürlich du hingegen papa pferdeschwanz was meinst du mich was talent papa pferdeschwanz du hast echt was auf den kasten naja ich bin recht geschickt in solchen sachen stehst auf spiele was klar stehe ich drauf naja aber ich sag ja dann doch lieber frauen und her als auf knöpfchen zu rücken ich auch papa ich auch sehr gut junge ich sehe du hast deinen prioritäten klein griff na großartig jetzt werden sie auch noch freunde dabei ich kann nicht gut leiden jetzt darfst du ja grad spielen keine jetons mehr ich klasse von mir liegen auf der selben wellenlänge es kommt mir so vor als würden wir uns schon seit jahren kennen wir haben ja auch weil wir schon so gute kumpel sind werde ich dir einen spitznamen geben hier erst mit feldschwänziger zocker klingt doch gut oder hey gefällt mir das ist ein bilder verrückter name der passt zu mir weil sie nicht mehr zu retten ja trotzdem hardcore gamer und ultra blau mann okay ich meine so haben wir jetzt alles nein mir fehlt immer noch was okay man da kommt kein kostüm mit ne wäre richtig cool gewesen nämlich der controller gibst du nie und immer aus der hand und was ist wenn du mal musst ja dann flash gut dann sehe ich euch wenn ich den nächsten itemjagd bin jetzt gleich